Die Frauen der Kamelieninsel von Tabea Bach Es liest Elena Wilms Die Glocken von St. Anne ertönten in ihrem schönsten Festtagsgeläut. Ein lauer Wind trug ihre Klänge weit hinaus über das Bretonische Meer und hinüber zur Kamelieninsel, wo schon alles bereit war für das große Hochzeitsfest. Weiße Kamelien schmückten den Altar, vor dem Silvia und Mael sich gerade das Ja-Wort gegeben hatten. Der Priester sprach die letzten Segen und mit einem tosenden Akkord setzte die Orgel zum Nachspiel ein. Eine Welle von Glück durchflutete Silvia. Nun hatten sie es also wirklich getan, obwohl sie nach der entsetzlichen Trennung von Holger geglaubt hatte, nie wieder einem Mann vertrauen zu können. Doch mit Mael war alles anders. Es war die tiefe, selbstverständliche Liebe zwischen ihnen, die alles so einfach machte. Strahlend vor Glück wandten sie sich ihren Gästen zu. Silvia fing das Lächeln ihrer besten Freundin und Trauzeugin Veronika auf, die in der ersten Reihe neben ihrem Mann Laurent saß, ihre zehn Wochen alte Tochter Liliane im Tragetuch haltend. Und sie sah, wie sich Solène mit einem Taschentuch über die Augen fuhr, Maels Ziehmutter und Besitzerin der Kamelieninsel. Für Silvia war die Lebensgefährtin ihrer verstorbenen Tante Lucy trotz des Altersunterschieds zu einer echten Herzensfreundin geworden. Während sie dem Ausgang entgegenschritten, blickte Silvia hinauf zu der Fensterrosette aus buntem Glas über dem Portal. Einen Moment lang musste sie wieder daran denken, wie sie vor gut zwei Jahren zum allerersten Mal diese Kirche besucht hatte. Sie war als Touristin gekommen, auf den Spuren ihrer Tante Lucy, ihr allerletzten ihrer Verwandten, die drüben auf der Insel gemeinsam mit Solène Lambeol die Gärtnerei geführt hatte. Damals hatte Silvia nicht ahnen können, dass diese Reise ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen würde. Als sie aus der Kirche traten, schloss Silvia für einen Moment geblendet die Augen. Dann hatte sie sich an das helle Sonnenlicht gewöhnt. Der Platz war voller Menschen. Das ganze Dorf war zu ihrer Hochzeit gekommen. Hochrufe brandeten ihnen entgegen. Die Orgel verebte in letzten rauschenden Kadenzen, während sich aus der Rathausgasse die unverkennbaren, näselnden Klänge des Binjou, einer Sackpfeife, und der Bombard, der traditionellen Oboe, näherten. Mael führte Silvia die wenigen Stufen hinunter auf den Kirchplatz, wo sie lachend das Spalier der Kinder durchschritten, so dass jedes einzelne Gelegenheit hatte, seinen Blütensegen über sie zu werfen. Silvia konnte die vielen anerkennenden Blicke spüren, die ihrem schlicht geschnittenen Hochzeitskleid galten, dessen einziger Schmuck der Oberstoff aus wundervoller bretonischer Spitze war, an der viele einheimische Frauen mitgewirkt hatten. Ihr halblanges, dunkelblondes Haar trug sie zu einem einfachen Knoten im Nacken geschlungen, in dem eine einzelne weiße Kamelie steckte. Und so lenkte nichts von Silvias natürlicher Schönheit ab, von ihrem reinen Tarn und vor allem von ihren ausdrucksvollen, kornblumenblauen Augen. Schließlich teilte sich die Menge vor Silvia und Mael, und nach alter Tradition setzte sich das Brautpaar an die Spitze einer Art Prozession, gefolgt von den Musikanten, denen sich zunächst die Trauzeugen und die engsten Freunde anschlossen, ehe sich alles, was Beine hatte, in Bewegung setzte und ihnen hinunter zum Hafen folgte. Dort angekommen, glaubte Silvia ihren Augen nicht zu trauen. Sie hatte gewusst, dass sie heute nicht wie üblich die schmale Landbrücke mit dem Auto überqueren würden, um zur Insel zu gelangen, sondern wie in alten Zeiten mit Schiffen übersetzen würden. Doch beim Anblick der mit Blumen und Bändern prächtig geschmückten Flotte der Fischerboote verschlug es ihr die Sprache. Am reichsten verziert war allerdings nicht einer der beeindruckenden Schoner, sondern ein einfacher Fischkutter. Es war die Labris, das Boot des alten Pieric, der schon immer auf der Kamelieninsel gelebt hatte und bereits Silvias Tante Lucy zur Hand gegangen war. «Guch, Herr Menuh!» rief er und reichte ihr die Hand, um ihr ins Boot zu helfen. «Meinen herzlichsten Glückwunsch!» «Weißt du noch, als du mich damals ans Festland gebracht hast?» fragte Silvia ihn, während sie seine Hand ergriff, mit der anderen den langen Rock ihres Kleides raffte und beherzt an Bord des zwölf Meter langen Kutters sprang. «Zum Glück ist es heute nicht so stürmisch», erwiderte Pieric mit einem Grinsen. «Aber wie ich dich kenne, würdest du selbst im Brautkleid mitten im schlimmsten Wetter zur Insel übersetzen, stimmt's?» «Oh ja», pflichtete ihm Solène bei, die zu ihnen in den Kutter gestiegen war und nun ganz hinten beim Ruder Platz nahm. «Ich weiß nicht, woher sie das hat. Lucy jedenfalls bekam er nur im allerhöchsten Notfall in ein Boot.» Silvia lächelte. Sie hatte längst den Bootsführerschein gemacht und bereitete sich nun mithilfe von Pieric auf ihr Steuermannspatent vor. Wenn bei Flut die Landbrücke zur Kamelieninsel unpassierbar wurde, war es kein Problem für sie, in einem der Boote der Gärtnerei zum Festland überzusetzen. Heute jedoch stand sie strahlend mit Mael am Bug und überließ Pieric das Steuer, der Labris unter großem Jubel umsichtig aus dem Hafen lenkte. Es war ein prächtiger Anblick, wie die geschmückten Boote nach und nach ihre Anlegestellen verließen und Kurs aufs offene Meer nahmen. Silvia entdeckte Veronika mit Laurent und der kleinen Lili in einem Schoner, der sie auf der rechten Seite flankierte. Die Dorfschullehrerin Morgane mit ihrem eigens aus Paris angereisten Bruder Eric und der Hafenmeister Brioc nahmen auf der anderen Seite Fahrt auf. Es war ein wunderschöner Tag im August, mild und heiter. Die See war glatt wie ein Spiegel. Der Himmel wollten los. Hoch über ihnen zogen ein paar Möwen ihre Kreise, während am Horizont die Insel nach und nach aus dem Wasser zu steigen schien. Kontur annahm, bis schließlich das prächtige Herrenhaus und die hohe steinerne Umfriedung des Jardin au Camillard, des Kameliengartens, immer deutlicher zu erkennen waren. Dieser herrliche Tag ließ nicht vermuten, welch heftige Stürme mitunter an dieser Küste tobten, die viele meterhohe Wellen ganz plötzlich wie aus dem Nichts auf die Insel stürzen ließen. Am Landungssteg wurden sie bereits erwartet. Rosen, Solens Schwester, hatte zusammen mit Coco und den anderen Mitarbeitern der Gärtnerei dafür gesorgt, dass alles für den Empfang bereitstand. Unter den uralten Kamelienbäumen, windgeschützt im Schatten der Mauern, waren riesige Tafeln festlich gedeckt. Mael und Silvia hatten das gesamte Städtchen eingeladen und wie es aussah, war kein einziges Boot im Hafen zurückgeblieben. Rosen schloss Silvia fest in ihre Arme, um ihr zu gratulieren. Die freundliche, rotblonde Mitfünfzigerin hatte sich bereit erklärt, für einen reibungslosen Ablauf des Festes zu sorgen. Dabei wurde sie tatkräftig von Silvias Assistentin Gwen unterstützt. Weiß leuchteten die Tischtücher unter dem Dach aus dunkelgrün glänzendem Kamelienlaub. Weiß und grün waren auch die Blumengestecke auf den Tischen. Und dort, wo das Brautpaar Platz nehmen würde, überspannte ein Baldachin aus Zweigen und Blüten die beiden Stühle. Lass dich umarmen, Silvia, rief Veronika, die mit ihrem Mann ebenfalls an Land gegangen war. Ohne große Umstände legte sie die kleine Lili in Maels Arme. Dann zog sie ihre Freundin an sich und hielt sie für ein paar Sekunden ganz fest. Ich wünsche euch beiden alles Glück dieser Welt. Silvia bemerkte gerührt, dass Tränen in Veronikas Augen glänzten. Danke, Vero, sagte sie und sah ihre Freundin lächelnd in die Augen. Es ist so schön, dass ihr kommen konntet. Ich bitte dich, antwortete Veronika und schüttelte ungestüm ihre rote Lockenpracht. Glaubst du, ich lasse dich heiraten, ohne dass ich ein Auge darauf habe? Beide lachten. Schau dir mal deinen Mann an, meinte Veronika überrascht, als sie sah, wie Mael die kleine Lili liebevoll auf- und abwiegte, sodass die Kleine vor Begeisterung quiekte. Sag mal, Mael, wandte sie sich verwundert an ihn. Woher weißt du, wie man ein Baby hält? Ach, wer mit Chameleon umgehen kann, erwiderte er fröhlich, der weiß auch, wie man eine kleine Prinzessin halten muss. Nicht wahr, Lili? Die Kleine juchzte auf und ruderte begeistert mit ihren Ärmchen. Mit Laurent musste ich das erst noch üben, als Lili kam. Stimmt's, Laurent? Das will alles gelernt sein, meinte Laurent gutmütig lachend und nahm Mael behutsam das Kind ab. Komm zu deinem grobmotorischen Papa, Lili. Die Kleine krähte vor Vergnügen, als Laurent ihr ein paar Küsse in die Halsbeuge gab. Schließlich begab man sich zu Tisch. Nach altem bretonischen Brauch musste ein Greis eine Rede halten und nach vielen Scherzen über sein wahres Alter, das niemand so genau kannte, stand der alte Pierrick auf. «Ma chère Sylvie, mon chère Mael», begann er. Es ist nicht meine Art, viele Worte zu machen. Außerdem kennt hier jeder eure Geschichte. Aber eines muss heute laut und deutlich gesagt sein. Euch hat das Schicksal zusammengeführt. Vor vielen Jahren bist du auf diese Insel gekommen, Mael, wie ein herrenloses Hündchen. Zwölf Jahre warst du alt und doch hat dich deine Nase zielsicher dorthin geführt, wo deine Bestimmung auf dich gewartet hat. Zu den Chamäleien. In Solène und Lucy hast du zwei Mütter gefunden, die dir das gaben, was du am dringendsten gebraucht hast. Liebe und ein Zuhause. Als Lucy starb, schien es, als hätte sich das Glück von der Chamäleieninsel abgewendet. Die Gärtnerei stand vor dem Aus. Aber dann hat ausgerechnet jene Frau, von der wir alle dachten, dass sie Schuld an dem Unglück sei, letztendlich die Rettung gebracht. Heute bist du eine von uns geworden, Silvia. Du hast ein Dasein in Luxus aufgegeben, um unser einfaches Leben zu teilen. Denn du bist eine kluge Frau, die weiß, dass der kostbarste Glanz in einem Menschenleben nur eines sein kann. Eine aufrichtige, wahrhaftige Liebe. Und darum wollen wir heute alle unser Glas auf euch beide erheben. Auf Silvia, auf Mael und auf die Liebe, die euch für immer verbinden möge. Unter großem Beifall erhoben die Gäste ihre Gläser zum Wohle der Brautleute. Dann wurde das Essen aufgetragen und nach alter Sitte spielten die Musiker zwischen jedem einzelnen Gang eine andere Tanzweise. Zur Vorspeise gab es Kokis sans Jacques à la Nage. Jakobsmuscheln im eigenen Sud und eine Gordal, den landestypischen Fischeintopf. Den Hauptgang bildete Lammkeule mit Artischocken und zum Nachtisch reichte man den obligatorischen bretonischen Butterkuchen Quignamang und natürlich Maels Lieblingsgericht, den Fabreton, eine Art Eierauflauf, gefüllt mit in rum eingelegten Backpflaumen, lauwarm serviert. Die Sonne stand schon tief, als die allerletzten Teller abgeräumt wurden. Einige der älteren Dorfbewohner begannen, sich auf einem Tanzboden zum Klang der Sackpfeife und der Oboe an den Händen zu fassen, um zu tanzen. Wie wäre es mit einem Lombik? fragte Briok und stellte ein Tablett mit hauchfeinen, tulpenförmigen Schnapsgläsern samt einer Flasche ohne Etikett auf den Brautisch. Oh ja, danke, meinte Sylvia, der kommt jetzt genau richtig. Vero, das ist der beste Apfelschnaps weit und breit. Keiner brennt ihn so gut wie er. Aber glaubst du, Briok würde irgendjemandem sein Geheimnis verraten? Das Geheimnis liegt in der Geduld, liebe Sylvie. Der von Wind und Wetter gebräunte Hafenmeister lachte, verschmitzt. Je länger der Lombik in seinem Fass liegen darf, desto besser wird er. Das sind doch gut und gern 300 Gäste, oder? bemerkte Veronika beeindruckt. Die kleine Lili war auf ihrem Arm eingeschlafen, satt und erschöpft. Veronika hatte sie gerade gestillt. 430, erklärte Rosenn zufrieden und ließ sich aufseufzend auf einen Stuhl fallen. Und das Essen hat tatsächlich gereicht. Wo steckt eigentlich Mael? Ich hab ihn dort hinten mit Coco und diesem anderen Gärtner mit den grünen Haaren gesehen, gab Veronika zur Antwort. Das ist Gauvin, mein Neffe, erklärte Gwen stolz. Sie bauen gemeinsam die Anlage auf, für später, wenn die alte Sackpfeife endlich Feierabend macht. Oh, das ist gut. Morgane, die sich ebenfalls zu ihm gesellt hatte, stöhnte. Geht sie euch auch so auf die Nerven wie mir? Merci beaucoup, Brioc. Ja, einen Schnaps kann ich jetzt vertragen. Sie spielen noch, bis die Sonne untergeht, erklärte Solenn schmunzelnd. Dann kehren die Älteren aufs Festland zurück und der Garten gehört der Jugend. Solenn sollte recht behalten. Kaum senkte sich die Dämmerung über die Insel, wurden Sackpfeife und Oboe eingepackt und etliche Gäste traten den Heimweg an. Scheinwerferlicht in wechselnden Farben flammte nach und nach auf und verwandelte den Jardin au Camillard in ein geheimnisvolles Märchenreich. Gourvan erwies sich tatsächlich als ein äußerst versierter DJ. Unermüdlich legte der junge Gärtner mitreißende Musik im genau richtigen Stimmungswechsel auf, sodass die Hochzeitsgesellschaft überhaupt nicht merkte, wie die Stunden vergingen, bis schließlich schon der Morgen graute. Als die Sonne über den östlichen Horizont kroch und den neuen Tag in ein rosenfarbenes Licht tauchte, bewegten sich nur noch Sylvia und Maëlle, langsam und eng umschlungen zu den Klängen eines alten französischen Liebesliedes auf der Tanzfläche. Die letzten Takte verklangen. Auf einmal war es still nach all den Stunden voller Musik und die Geräusche des Morgens traten hervor. Von Ferne hörte man das Plätschern der Wellen. In den Gipfeln der Bäume begann ein Vogel zu singen. Aus der Küche des großen Hauses drang leises Klappern von Geschirr herüber und Sylvia atmete den Duft von frischem Kaffee. Ich kann es kaum fassen, flüsterte sie an Maëls Ohr. Es ist schon morgen. Wo ist bloß die Nacht hin? Das ist der erste Sonnenaufgang, den wir als Mann und Frau erleben, raunte er zurück. Sie schmiegte sich noch einmal an ihn, benommen vor Glück und schwindelig von der durchtanzten Nacht. Dann lösten sie sich voneinander, sahen sich lächelnd in die Augen und verließen die Tanzfläche. Als sie den Kiesweg erreichten, der durch den Garten hinunter zu ihrem Haus führte, zog Sylvia ihre eleganten Riemchensandalen aus, hob ihr Kleid ein wenig an, um nicht auf den Saum zu treten, und ohne ein Wort zu sagen, rannten beide gleichzeitig ausgelassen los. Vor dem Haus angekommen, hielten sie atemlos inne. Maël öffnete die Tür. Dann nahm er Sylvia entschlossen auf seine Arme und trug sie behutsam über die Schwelle. Er trug sie bis ins Schlafzimmer. Dort legte er sie vorsichtig auf das Bett. Auf immer und ewig, sagte er, als er ihr half, das Kleid auszuziehen. Auf immer und ewig, antwortete sie und schmiegte sich an ihn. Am Nachmittag führte Sylvia, Veronika und Laurent zu der wenige Kilometer entfernten, eigentlichen Inselgärtnerei, wo in einer natürlichen Senke die Kamelien für den Verkauf heranwuchsen. Ich möchte euch etwas ganz Besonderes zeigen, sagte Sylvia, als sie den Geländewagen abstellte und ihre Freunde an den Feldern entlang zu den Gewächshäusern führte. Ihr wisst ja, dass Maël hier die neuen Sorten züchtet, für die wir berühmt sind. Vor vielen Jahren, da war er noch ein Teenager, ist ihm eine besonders schöne Kamelie gelungen. Tante Lucy hat sie Silviana getauft und mir die Vermarktungsrechte an ihr vermacht. Sie erreichten eines der älteren Gewächshäuser. Sylvia suchte aus einem umfangreichen Bund den passenden Schlüssel heraus. Ist das ein Spezialschloss? erkundigte sich Laurent interessiert. Dieses Gewächshaus scheint besser gesichert zu sein als meine Werkstatt. Aus gutem Grund, erklärte Sylvia ernst. Dieser Baum ist dein Vermögen wert. Kommt, seht selbst. Sie gelangten zu einer zweiten Tür, die ebenfalls verschlossen war. Dahinter erhob sich ein Glashaus, dessen Kuppeldach gut und gern fünf Meter hoch war. Im Zentrum der Rotunde stand ein schlanker Baum mit einer silbergrau schimmernden glatten Rinde. Seine Krone war kompakt, die schmalen Blätter tiefdunkelgrün und glänzend, als wären sie von einer Lackschicht überzogen. »Seht nur«, meinte Sylvia stolz und wies auf ein paar spektakuläre, handtellergroße Blüten, die aus dem nachtgrünen Laub hervorleuchteten. Wie in einem Spitzenkragen ruhte die amethystfarbene, dicht gefüllte Blüte in einem Kranz aus weißen Blütenblättern. Ganz innen schimmerten silberweiße Staubgefäße wie Sterne aus einem Nachthimmel. »Ein Traum«, flüsterte Veronika. »Ich muss im Frühjahr wiederkommen, wenn sie in voller Blüte steht.« »Im Frühling wird sie nicht mehr hier sein«, erklärte Sylvia mit einem Seufzen. »Wir werden den Baum verkaufen. Mit dem Erlös wollen wir das Besucherzentrum bauen, von dem ich euch erzählt habe.« »Sylviana ist unser Kapital. In diesem Herbst noch beginnt eine Versteigerung, wie sie die Geschichte der Kamelie noch nie gesehen hat. Es gibt nur dieses einzige ausgewachsene Exemplar weltweit. Ich bin gespannt, was es einbringen wird.« Sylvia zeigte ihren Gästen noch weitere hinreißend schöne Züchtungen, doch keine Kamelie war so prachtvoll wie die Silviana. »Tut es dir nicht leid, diesen wundervollen Baum zu verkaufen?« fragte Veronika, als sie wieder zum Haupthaus zurückfuhren. »Sie ist immerhin einer Erinnerung an deine Tante. Silvia schwieg einen Moment, dann schüttelte sie entschlossen den Kopf. Lucy war äußerst pragmatisch,« erklärte sie. »Ich bin mir sicher, sie wäre begeistert von der Idee mit dem Besucherzentrum. Ich sehe das alles schon vor mir. Das Bistro, in dem sich die Kunden stärken können, den Laden mit Produkten rund um die Kamelien, Tees, Kosmetik, Bücher und allerlei Geschenkartikel. und das Infozentrum, in dem man alles über die Geschichte der Kamelie erfahren kann. »Es ist wirklich ein schöner Gedanke,« meinte Veronika versonnen. »Eine besondere Pflanze einem Menschen zu widmen. Offenbar hat deine Tante dich sehr gern gehabt.« Sylvia nickte traurig. Noch immer schmerzte es sie, dass sie sich zu Lucys Lebzeiten nie die Zeit genommen hatte, sich hier in ihrem Reich zu besuchen. Damals hatte Sylvia als erfolgreiche Unternehmensberaterin ein hektisches Leben geführt und alles, was nicht mit ihrer Arbeit in Zusammenhang stand, auf später verschoben. Später. Bis es zu spät gewesen. Und Lucy im besten Alter an einem Hirntumor gestorben war. »Wir wollten dich und Maelle etwas fragen,« riss Veronika sie aus ihren Gedanken, als sie wieder vor dem Haupthaus angekommen waren. Kurz darauf saßen sie in Solens gemütlicher Küche. Lili lag schon wieder in Maelles Arm und machte mit gespitzten Lippen kleine, glänzende Spuckebläschen. »Wir wollten euch fragen, ob ihr Lust habt, Lili's Taufpaten zu werden. « ergriff Veronika das Wort. »Ich weiß,« fügte sie rasch hinzu, »ihr habt nicht viel Zeit, Silvia. Nur kann ich mir niemand Besseren für meine Lili vorstellen. Aber Vero,« unterbrach Silvia sie strahlend, »natürlich wollen wir das, nicht wahr, Maelle? Ich würde mich jedenfalls riesig freuen.« »Auf jeden Fall,« fiel Maelle ein. »Es ist uns eine große Ehre.« »Tatsächlich überlege ich schon die ganze Zeit, wie wir es anstellen könnten, Lili hier zu behalten, ohne dass ihr es merkt.« Veronika und Laurent lachten herzlich. Auch Silvia stimmte mit ein, während sie Maelle einen heimlichen, verwunderten Blick zuwarf. Von Kindern hatten sie nie gesprochen. »Dazu müsst ihr euch schon selbst anstrengen,« antwortete Veronika und streckte die Arme nach ihrer Tochter aus. Dann wurde es Zeit, Abschied zu nehmen. Nach Le Mans, wo Veronika und Laurent lebten, waren es gut zwei Stunden Autofahrt. »Wir sehen uns bei der Taufe,« rief Veronika ihrer Freundin gut gelaunt aus dem geöffneten Autofenster zu. »Ich melde mich, sobald ich den Termin weiß.« »Ach, ich freue mich so. Es war ein traumhaftes Fest, Silvia. Aber jetzt muss ich erst einmal eine Woche lang durchschlafen.« Lange winkten Silvia und Maelle der DS hinterher, diesem legendären Citroën-Modell aus den 70er-Jahren, das Laurent mit viel Liebe immer wieder restaurierte. »Die kleine Lili ist ja so bezaubernd,« sagte Silvia nachdenklich. »Wäre es nicht schön,« begann Maelle und zog sie an sich. »Wenn wir auch ein Kind hätten?« Silvia stockte der Atem. »Ich habe nie daran gedacht,« gestand sie. »Ich weiß,« antwortete Maelle mit einem Lächeln. »Ich, ehrlich gesagt, auch nicht.« »Aber jetzt hast du Lili auf dem Arm gehabt.« Maelle sah ihr fest in die Augen. »Du bist die erste und einzige Frau, mit der ich mir das vorstellen kann,« sagte er und fuhr mit dem Zeigefinger zärtlich die Linie ihres Nackens nach. Und nicht nur das. Ich fände es einfach wunderbar. Silvia schloss die Augen. Ihr schwindelte bei dem Gedanken an ein eigenes Kind. Würde sich damit nicht alles verändern? In den folgenden Tagen hatte Silvia so viel zu tun, dass es ihr ganz gut gelang, den beunruhigenden und doch auch reizvollen Gedanken an ein eigenes Kind beiseite zu schieben. Außerdem war es höchste Zeit, die internationale Versteigerung der Silvianer vorzubereiten. Lange Zeit war die Existenz des Jardins au Camillard, in dem Solène und Lucy und vor allem der begnadete Züchter Maelle alte Kameliensorten kultivierten, die anderswo längst ausgestorben waren und neue Kreuzungen schufen, nur wenigen Kennern und Sammlern bekannt gewesen. Die isolierte Lage der Insel vor der bretonischen Küste sorgte für Abgeschiedenheit. Ja, man musste von der Gärtnerei wissen und nach ihr suchen, um zu ihr zu finden. Solange Silvias Tante Lucy noch gelebt und gemeinsam mit Solène die Gärtnerei mit viel Geduld und Herzblut aufgebaut hatte, war das den beiden Frauen gerade recht gewesen. Vor allem Lucy, die vor ihrer Familie in Deutschland regelrecht geflüchtet war, nachdem diese es nicht akzeptieren wollte, dass sie eine Frau liebte. Und doch hatte Silvias Tante vor ihrem viel zu frühen Tod bereits geahnt, dass die beschaulichen Zeiten vorüber waren. In einem Brief, der ihrem Testament beilag, bat sie Silvia, Solène unter die Arme zu greifen, was die wirtschaftliche Seite des Unternehmens anbelangte. Der Jardin au Camillard muss besucherfreundlicher werden, hatte Silvia schon empfohlen, als sie auf die Insel gezogen war. Für einen rentablen Betrieb reichte es nicht aus, wenn hin und wieder ein Sammler eine besondere Camillie erwarb. Immerhin hatte der Skandal um die Erbschaft, der drohende Verkauf an einen britischen Investor, der die Insel in ein Golf-Ressort verwandeln wollte, und Silvias Rettung in letzter Minute die Gärtnerei in die Medien gebracht. Die Chamäleon-Insel galt seither als Symbol für erfolgreichen Widerstand. Die Bilder, auf denen sich bretonische Frauen und Männer, Kinder und Greise mutig den Baufahrzeugen des Spekulanten Sir James Ashton Davenport entgegengestellt hatten, waren um die ganze Welt gegangen. Doch unter dem Ansturm der Besucher, die daraufhin die Insel überflutet hatten, während Solène und ihre kleine Truppe von Gärtnerinnen und Gärtnern beinahe zusammengebrochen. Autokolonnen hatten besonders an den Wochenenden das nahegelegene Küstenstädtchen und die Zufahrt zur Insel verstopft. Vor Urzeiten war die Insel durch eine schmale Landzunge mit dem Festland verbunden gewesen, an der das Meer so lange genagt hatte, bis nur noch ein schmaler Damm übrig geblieben war, über den man bei Ebbe mit dem Wagen auf die Insel gelangen konnte. Inzwischen hatte man ihn verbreitert und besser befestigt. Dennoch nagten die Gezeiten und vor allem die Winterstürme ständig an seinem Fundament. Frühjahr für Frühjahr wurde er erneuert und den sich wandelnden Strömungen angepasst. Pierrick kümmerte sich seit Jahrzehnten um den Damm und behauptete, ihn so gut zu kennen wie seinen eigenen Teekessel. Der kleine Hafen und der Parkplatz waren inzwischen ebenfalls vergrößert worden und Briocks ältester Sohn Jan hatte ein florierendes Wassertaxi-Unternehmen gegründet, um Besucher auch bei Flut übersetzen zu können, wenn es das Wetter erlaubte. Doch einmal auf der Insel wollten die Gäste gern ein wenig verweilen und da die systematisch in übersichtlichen Reihen angelegten Kamelienfelder der eigentlichen Gärtnerei für Laien nicht besonders sehenswert waren, die meisten Pflanzen bildeten erst nach einigen Jahren ihre wundervollen Blüten, hielten sich die Besucher am liebsten im Jardin au Camillard auf, dem riesigen Park beim Herrenhaus. Nur die ernsthaft am Kauf Interessierten wurden zu den Pflanzungen und Gewächshäusern in der wenige Kilometer entfernten Senke gebracht. So war die Kamelieninsel zu einer Besucherattraktion in dieser Gegend geworden, die Hotels an der Küste waren ausgebucht wie nie. Auch die Restaurants, Salon de Tee und Creperien profitierten von dem Zulauf. Warum also nicht auf der Insel selbst ein kleines Bistro eröffnen? Immer wieder wurde nach Souvenirs gefragt und Silvia hatte im Lauf der Zeit eine umfangreiche Liste von Produkten angelegt, die zum Thema Kamelien passten. Es wurde langsam Zeit, ihre Pläne in die Tat umzusetzen.